Du, Annette, Julia, ich fahre nächste Woche nach Deutschland und meine Familie will typisch römische Mitbrichsel haben. Aber sowas gibt es doch gar nicht. Natürlich gibt es sowas. Und das zeigen wir euch jetzt in unserem neuen Video. Im Feinkostgeschäft Rocholli ganz in der Nähe des Campo di Fiori werden wir endlich fündig. Das Carbonara Kit ist ein Baukastensystem. In dieser Box finden wir die feinsten Zutaten für vier Portionen Carbonara und das Rezept. So verschenken wir etwas sehr Leckeres und auch die Freude am gemeinsamen Zubereiten. Der coole Concept Store Elvis Lives liegt im Trastevere. Und hier findet man ein bisschen von allem. Kaffeetassen, Strandtücher, T-Shirts, Geldbeutel und all das ist bedruckt mit richtig guten Sprüchen, die lustig sind und mit denen sich auch der Römer identifizieren kann. Und das finden wir besonders gut. Die Designerinnen Kostanza und Giulia stellen Schmuckstücke her, die von den römischen Monumenten und Gebäuden und deren Architektur inspiriert sind. Mit diesen trägt man kleine Stücke von Rohm aus Edelmetallen direkt auf der Haut. Und das gefällt besonders unserer Giulia. Wir sind jetzt in der Feltrinelli International und zwar ist es eine Buchhandlung. Besonders Kinder erwarten ihr immer, dass ihr euch das mitbringt. Und ich habe euch jetzt mal drei Bücher rausgesucht. Das Quizbuch über Rom mit vielen Fragen und Informationen. Ein Stickerbuch, mit denen wir leere Plätze des alten Roms bevölkern können. Und unser persönlicher Favorit, das 3D-Pop-Up-Buch. Oh, jetzt habe ich so viele Sachen, da komme ich nicht mit leeren Händen nach Hause. Wenn euch unsere Souvenirtipps gefallen haben, Video liken, dann Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Zeigen wir euch in unserem Läu. Das ist dann für die handwerklichen Kinder. Jetzt machen wir mal einen Test, siehst du? Ja, so einfach ist es nicht. Nee, das glaube ich.